Der drittletzte Spieltag in der Bundesliga steht an mit den Partien Hoffenheim gegen Hannover am Freitagabend, Samstagnachmittag dann Bayern gegen Frankfurt, Hertha gegen Augsburg, Freiburg gegen Köln, Schalke gegen Gladbach und Wolfsburg gegen den HSV, Samstagabend Leverkusen gegen Stuttgart, Sonntag dann noch Mainz gegen Leipzig und zum Abschluss des Spieltages Bremen gegen Dortmund. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, da wieder viele zu sehen. Ebenso wie eine positive Bewertung oder ein Abo, wenn es euch gefällt später. Oben rechts in der Infokarte ist noch die Konferenz verlinkt zu den 5 Samstagsspielen. Jetzt viel Spaß mit dem ersten Spiel, Hoffenheim gegen Hannover. Die TSG aus Hoffenheim hat mittlerweile nur noch 2 Punkte Rückstand auf den 4. Platz, also auf die direkte Champions-League-Qualifikation. Und da steht momentan noch Leverkusen, doch gegen Hannover sollte es am Freitagabend zumindest punktetechnisch erstmal dran vorbeigehen. Die Leverkusen haben natürlich noch die Chance, das dann wieder auszugleichen. Hannover hat den Klassenerhalt so gut wie sicher und nichtsdestotrotz gilt es heute nochmal alles reinzuwerfen, denn die theoretische Chance auf den Relegationsplatz abzurutschen, die besteht noch. Hoffenheim hat hier den besseren Start und Marc Uth nach 4 Minuten mit der ersten Möglichkeit, der senkt sich ganz gefährlich, der Kopfball setzt sich dagegen Sané durch, der ja ab der nächsten Saison nicht mehr bei Hannover auflaufen wird. Aber Czauner sieht, dass er hier nicht eingreifen muss. Doch die Partie dominierte klar der Gastgeber. Die L von Julian Nagelsmann sehr gut aufgelegt nach dem überragenden Spiel gegen Leipzig. Es fehlte noch das Tor, Serge Gnabry hier mit einem zu schwachen Abschluss. Eine halbe Stunde jetzt knapp gespielt, auch die Gäste wagten sich mal nach vorne. Bebou ist das über die rechte Seite, hängt da Nordfeit ganz locker ab und dann ist Füllkrug zur Stelle. 0-1 wie aus dem Nichts, aber das dürfte die L von André Breitenreiter kaum kümmern. 29. Spielminute, die Niedersachsen waren in Führung an diesem Freitagabend. Der erste Torschuss auf das Gehäuse von Oliver Baumann bedeutete gleich den ersten Treffer. Für die L von André Breitenreiter, wo trotz einer sehr guten Saison das Sportliche immer wieder aus dem Fokus gerückt wurde. Und nichtsdestotrotz muss man da einfach ein Kompliment an die Mannschaft machen. Aber Hoffenheim war hier nach wie vor die bessere Mannschaft. Nach 43 Spielminuten wird Schauner wieder getestet. Amiri, es wäre schon lange überfällig gewesen, das 1-1 zu erzielen. Sie konnten die Vielzahl an Chancen jedoch noch in keinem einzigen Moment ausnutzen. Der zweite Durchgang bot uns erstmal ein ähnliches Bild. Hoffenheim mit den Offensivaktionen. Zuber eingewechselt auf Demir Bay. Auch der ist reingekommen zur Pause. Nagelsmann war mit dem Resultat nicht zufrieden. Und Demir Bay hat hier die hundertprozentige Möglichkeit. Ist vielleicht ein Tick zu dicht vor Schauner. Trotzdem, der muss sitzen. Doch jetzt nach einer gespielten Stunde. Hoffenheim erhöhte weiterhin den Druck. Und Hannover konnte sich nur noch schwer befreien. Kramaric, guter Einsatz. Serge Gnabry auf Uth. Und der macht den Ausgleich. Hochverdient sein 15. Saisontor. Auch gegen Leipzig ein überragendes Spiel abgeliefert. Und hier trifft er wieder. Ja, er wird ja den Verein zum Ende der Saison ebenso wie Sané in Richtung Gelsenkirchen verlassen. Das wird ein herber Verlust. Das wird schwer aufzuarbeiten sein. Ebenso wie Serge Gnabry. Aber hier spielen sie nochmal richtig stark auf. Schauners chancenlos aus Kurs der Distanz. Ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran, aber mehr als eine kleine Richtungsänderung konnte er nicht bewirken. Doch dann wachte auch Hannover wieder auf. Sie wollten Post wenden, den Führungstreffer wieder erzielen. Und wieder ist es Füllkrug. Doch Baumann ist diesmal zur Stelle. Kann endlich mal mit einer Parade seine Qualität zeigen. Und vor dem Ende dann nochmal Hoffenheim. Auch sie spielten hier auf den Dreier. Es war zum Ende hin nochmal eine offene Partie. Der letzte Abschluss saß aber auch nicht. Hoffenheim und Hannover trennen sich im Endeffekt mit 1 zu 1. Und für die Hoffenheimer ist das ein Rückschlag im Kampf um den vierten Tabellenplatz. Der FC Bayern München ist trotz der schon feststehenden Meisterschaft nach wie vor gewillt, in jeder Partie alles zu geben. In jener Partie drei Punkte einzufahren. Frankfurt braucht die aber durchaus ebenfalls, denn sie wollen noch in die Europa League. Beziehungsweise sie wollen dort bleiben. Aber es lief direkt zu Beginn alles gegen die Gäste. Sebastian Rudi bereits in der vierten Spielminute mit dem Führungstreffer für den FCB. Das ging zu einfach. Die Frankfurter noch nicht richtig auf dem Feld. Erstes ist Wagner, der Radetzky testet. Und Rudi steht dann am zweiten Pfosten viel zu frei. Und muss den Ball nur noch über die leere Linie drücken. Hatte er auch gegen Hannover ein Tor. Er zielt. Aber Frankfurt kam dann auch mal nach vorne, weil sich Boateng dort extrem verschätzt. Sven Ulreich greift allerdings ein und pariert den Ball ohne größere Probleme. Jovic war derjenige, der den Ball aufs Tor gebracht hat. Aber wie gesagt, starke Parade von Ulreich. Zweiter Durchgang dann. Bayern weiterhin die bessere und spielbestimmende Mannschaft. Robert Lewandowski nach 51 Spielminuten fast mit dem 2 zu 0. Frankfurt lief viele Zeit nur hinterher. Aber gegen den FC Bayern muss man auch erstmal bestehen. Es stand ja nur 1 zu 0. Dadurch die Möglichkeit, auch da noch einen Punkt mitzunehmen. Aber Bayern war zu drückend, als dass Frankfurt wirklich viel nach vorne bringen konnte. James Rodriguez nach 56 Spielminuten. Hier verpasst er noch den 2 zu 0 Führungstreffer. Doch der sollte dann nur wenig später kommen. 74. Spielminute. Rodriguez von Robben bedient. Macht das super. Legt den Ball um den Verteidiger herum. Siebtes Saisontor. Und damit war auf der Partie der Deckel drauf. Eine souveräne Leistung des Rekordmeisters. Bringt hier wohl den nächsten Sieg ein. Weil das extrem stark von Rodriguez gemacht ist. Das muss man ihm lassen. Legt den Ball um Vallett rum. Der nach Sperre wieder dabei war. Beziehungsweise Mascarell ist es in diesem Fall, der hinterher schaut. Und so dann eben der nächste Treffer. Aber Frankfurt kam noch mal nach vorne. Bakok diesmal testet der Ulreich. Aber der wird auch dieses Spiel wieder zu 0 spielen. Der FCB setzt sich also souverän an einem Samstagnachmittag gegen Frankfurt mit 2 zu 0 durch. Und bei denen wird es, was die Europa League angeht, noch deutlich enger. Besonders, wenn Gladbach in Gelsenkirchen gewinnen sollte. Eine Partie, in der es für beide Teams nur noch um gute Ergebnisse und nette Partien geht. Beide Teams bereits am letzten Spieltag sicher gerettet. Selbst die Relegation kommt nicht mal mehr rechnerisch in Frage. Die erste Möglichkeit, die wirklich Gefahr bieten konnte, kam von Marco Richter in der 37. Spielminute. Aber die erste Hälfte war extrem langweilig und langwierig. Ein typisches Spiel im Olympiastadion, was die Fans in der Ostkurve schon so häufig ertragen mussten. Gegen Wolfsburg jeweils 0 zu 0 gespielt. Jetzt waren sie aber kurz davor, sogar das 0 zu 1 zu kassieren. Gregoritsch nach der Pause mit dem Aluminiumtreffer. Auf der anderen Seite dann kam Hertha auch mal zu einer Möglichkeit. Marvin Plattenhardt mit einem vernünftigen Freistoß jedoch fehlte da dann das nötige Quäntchenglück. Ansonsten wäre Hitz gegebenenfalls auch zur Stelle gewesen. Aber die Augsburger waren hier die bessere Mannschaft und kamen über einen langen Ball von Kayubi zu Heller, der den direkt weiterleitet auf Cordova zum ersten Treffer der Partie. Die 65. Spielminute, das zweite Saisontor für Sergio Cordova. Starkes Spiel von Augsburg auch am vergangenen Sonntag gegen schwache Mainzer. Und wieder lieferten sie eine vernünftige Partie ab. Sehr stabil, sie verhinderten die Hertha zum größten Teil. Und als Auswärtsmannschaft, wenn man dann so eiskalt ist, kann man damit deutlich zufriedener sein, als eben die Gastgeber, die jetzt diesem 0 zu 1 hinterher liefen. Sie kam aber nochmal, es war in 84. Minute und Kalou da nochmal mit dem Abschluss. Aber das sollte auch in dieser Situation nicht zum Treffer führen. Die Hertha wurde jetzt zum Ende hin, aber nochmal wach. Wieder Kalou, nur wenig später. Darida auf Zeck und der Abschluss von Cielbrett. Da fehlt wieder ganz wenig. Hätten sie, so wie sie in den Schluss 10 Minuten circa gespielt haben, von Anfang an gespielt, dann wäre hier auch ein Sieg drin gewesen. Doch auch die letzte Möglichkeit in der Nachspielzeit von Darida wird pariert. Marvin Hitz hält den Sieg für Augsburg fest. Damit ein über die 90 Minuten gesehen auch verdienter Auswärtssieg für die Gäste, weil der Sportclub aus Berlin zu spät angefangen hat, Fußball zu spielen. Um für den 1. FC Köln den letzten Strohhalm zu greifen, reichen jetzt nur noch Siege. Das ist klar und selbst dann ist die Chance relativ gering, dass sie sich halten könnten. Aber es lief auch zu Beginn nicht unbedingt für den Fußballklub aus der Domstadt. Denn der Sportclub aus Freiburg war eiskalt vorm Tor. Tim Kleindienst nach 19 Spielminuten markiert er mit seinem ersten Saisontor das 1 zu 0. Ein ganz wichtiges für den Breisgauer Anhang und für den Verein, für die Region essentiell, dass der Sportclub erstklassig bleibt. Nach dem enttäuschenden 1 zu 0 in Hamburg wollte man jetzt auch wieder mal Punkte einfahren mit dem Tabellenletzten aus Köln. Schien ein Gegner gekommen zu sein, dem man in der Lage ist zu schlagen. Nach einer Stunde dann im zweiten Durchgang, denn viel mehr gab diese Partie im ersten Durchgang einfach nicht her. Dann auch mal die Kölner. Starker Gegenangriff. Aber Kempf kommt gerade so noch vor Jean Cordoba angegrätscht. Und verhindert den 1 zu 1 Ausgleich. Aber Köln wurde stärker. Hector, der ja verlängert hat, super Zeichen von seiner Seite aus. Und Cordoba wird von ihm bedient. 65. Spielminute. Alexander Schwolo greift ein, lenkt den Ball gerade so über die Latte. Hätte sich eventuell reingesenkt. Da geht der Freiburger Schlussmann auf Nummer sicher. Doch viel mehr kam vom 1. FC Köln nicht. Freiburg dann 20 Minuten vor dem Ende. Wollten sie auch die Entscheidung dann erzielen. Janik Haber auf Mike Franz. Der nach Verletzungspause auch zu Hause mal wieder ran konnte. Hat ja gegen Hamburg mal wieder Bundesliga-Luft schnuppern können. Hier kratzt er haarscharf. Am Tor vorbei. Horn wäre ohne Chance gewesen. Aber der Sportklub kam noch mal 10 Minuten später. Mike Franz sehr aktiv. Und Tim Kleindienst noch mal. Verfehlt aber den Kasten. Doch das war es. Es gab kein großes Aufbauen mehr des 1. FC Köln. Damit verabschieden sie sich aus der Bundesliga in der Saison 2017-2018. Und der Sportklub aus Freiburg hingegen kann mit diesem 1 zu 0 wieder darauf hoffen, den direkten Klassenerhalt zu sichern. Und für den 1. FC Köln ist es einer der unnötigsten Abstiege, die sie vermutlich je verlebt haben. Arroganter kann man nicht spielen, so die Worte von Domenico Tedesco zu seiner Mannschaft nach dem bitteren, enttäuschenden 2 zu 2 gegen den Tabellenletzten aus Köln. Jetzt kam Gladbach, die nach dem 3 zu 0 gegen Wolfsburg an Selbstbewusstsein getankt haben. Gut in die Partie. 11 Minuten gespielt. Raphael testet gleich mal die Stabilität des Aluminiums. Schöner Schuss, dreht sich da um Kehrer zu einfach rum, trifft dann nur das Lattenkreuz. Aber die Gäste waren hier deutlich besser aufgelegt als die Königsblauen. 22 Minuten gespielt über die linke Seite. Das ist Jonas Hofmann, der den Ball in die Mitte bringt. Da ist Lars Stindl 1 zu 0 für Gladbach. Siebtes Saisontor. Gegen die Wölfe war der Knotengeplatz. Er erzielte das Wichtige. Viel umjubelte 1 zu 0. Das den Weg für den Sieg ebnete. Hier ist es kein Kopfballtor. Wenn wir nochmal drauf schauen, sehen wir, dass es die Schulter war. Fehrmann ist noch dran. Kann den Ball aber nur unglücklich ins eigene Tor lenken. Der verdiente Führungstreffer für sehr gut aufgelegte Fohlen. Schalke kam im zweiten Durchgang, dann aber besser in die Partie. Harit ist das. Doppelchance. Burgstaller und Ginter ist dazwischen. Es wäre schon durchaus das 1 zu 1 möglich gewesen. Doch die wenigen Chancen, die sie hatten, ließen sie fahrlässig liegen. Auf der anderen Seite Gladbach war eiskalt. Lars Stindl 73. Spielminute mit dem Doppelpack. Jetzt mittlerweile sein achtes Saisontor. Da scheint sich jemand wieder richtig frei zu schießen. Die Pfiffe wurden lauter in der Felddienstarena nach enttäuschenden Auftritten gegen Köln und dem enttäuschenden Ausscheiden in Gelsenkirchen. Im Pokal gegen Frankfurt war man hier etwas ungeduldiger geworden. Und Lars Stindl ist mal derjenige, der so richtig in die Suppe spuckt. Viertelstunde vor dem Ende. Es wäre ja noch Zeit genug da gewesen, um das Resultat nochmal zumindest auf Remis zu stellen. Doch die Treffer wollten nicht rein. Nochmal in der Nachspielzeit sinnbildlich dann Kuno Prijanka. Den muss er machen. Aus einem Meter Torentfernung bringt das zustande, den Ball über das Tor zu schießen. Aber das bewies dann im Endeffekt auch, dass die Königsblauen heute nicht gut aufgelegt waren. Borussia Mönchengladbach schießt sich eben auch, weil Frankfurt gegen Bayern verloren hat. Auf 46 Punkte an die Frankfurter heran. Sind jetzt punktgleich nur noch das Torverhältnis. Müssen sie aufholen. Und dann ist sogar wieder die Chance da, nächste Saison vielleicht doch noch europäisch zu spielen. Der Abstiegskracher schlechthin an diesem Spieltag lautete VfL Wolfsburg gegen den Hamburger Sportverein. Und der ASV durch das 1 zu 0 gegen Freiburg wieder im Rennen. Doch die bessere Anfangsphase hatten die Wölfe. Basso, er mit der Vorlage auf die Davi. Das ging zu einfach. Neuntes Saisontor für den Mittelfeldspieler. Zwölfte Spielminute. Und die Gastgeber waren in Führung. Unter Bruno Labbadia noch nicht wirklich spielerisch nach vorne gekommen. Auch im Verein gibt es Unruhen. Doch jetzt soll erstmal der Klassenerhalt gerettet werden. Und das ist jetzt mal der erste gute Schritt, der dafür getan wurde. Die Davi, das ging zu einfach. Die Hamburger zeigten ihr Auswärtsgesicht. Pollersbeck war bedient. Doch dann kam auch der HSV. Aber sie lagen eben schon 1 zu 0 hinten. Die erste Möglichkeit in Richtung des Tores kam. Erst nach zu lang absolvierter Spielzeit. Ito ist das mit dem Kopfball. Der Ball geht aber über das Gehäuse rüber. Doch sie wurden jetzt stärker. Die in Rosa spielenden Hamburger. Waldschmidt, Jekyll, der Innenverteidiger, der so ein bisschen die Hoffnung beim VfL darstellt, hält das Bein rein und verhindert so den Torschuss. Der HSV war über den ersten Durchgang komplett gesehen die bessere Mannschaft. Doch Wolfsburg war eiskalt und kam sogar noch zum 2 zu 0. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Yunus Mali macht das 2 zu 0. Und für den HSV stellte sich das jetzt als eine extrem schwere Ausgangslage für den zweiten Durchgang. Ja, für Pollersbeck ist da nichts zu halten. Sie verteidigten da zu fahrlässig. Junggrätsch zu spät rein. Und so steht es dann eben 2 zu 0. Und eigentlich müsste hier ein Sieg her. Und der HSV glaubte dran. Bakary Jatta mit der Flanke und Wood testet Castils. Und dann ist der Ball geklärt. Ein früherer Anschlusstreffer würde die Wölfe nervöser machen und die HSV-Fans wieder auf die Seite bringen. Doch auch Ekta scheitert nach einer knappen Stunde daran, den Ball über die Linie zu drücken. Das waren herausragende Möglichkeiten. Aber sie probierten es, doch schafften es schlicht und ergreifend nicht. 20 Minuten vor dem Ende. Die Zeit lief weg und Diemata dann fast mit der Entscheidung. Im kurzen Eck ist Pollersbeck allerdings zur Stelle. Kratzt den Ball aus dem Winkel und so weiterhin nur 2 zu 0. Doch der HSV brauchte drei Tore. Und das in einer Viertelstunde dürfte schwierig werden. Und dann auch das zum Abschluss dieser Partie nochmal. Sinnbildlich, wie Bobby Wood diese hochprozentige Chance fast verschludert, sehr leichtsinnig vergibt. Und so gewinnen die Wölfe mit 2 zu 0 und sichern sich damit eine gute Ausgangslage. Dagegen auf dem Relegationsplatz zu landen. Am Ende der Saison und der HSV muss darauf hoffen, dass Mainz morgen verliert und dann die restlichen beiden Spiele gewinnt. Und Mainz dann eben gar nicht mehr punktet. Ansonsten werden sie auch mit diesem 2 zu 0 abgestiegen sein. Das letzte Topspiel der Saison lautete Leverkusen gegen Stuttgart. Und man muss schon sagen, dass beide Teams in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus auf sich aufmerksam machen konnten. Bei Leverkusen scheint so ein bisschen gerade der Schlendrian drin zu sein. 2 zu 6 gegen Bayern, da war es spielerisch noch okay. Aber dann beim 4 zu 0 in Dortmund wiesen sie zu viele Schwächen in der Defensive auch. Die Stuttgarter konnten sich mit dem 2 zu 0 gegen Bremen bereits am 31. Spieltag zum Klassenerhalt retten. Die Partie hier lief aber besser an für die Gastgeber. Schalz-Arngies, 19. Spielminute, 2. Saisontor für den Sechser von Leverkusen. Heute mit der Kapitänsbinde, weil Jonathan Tarr und Lars Bender fehlen. Ebenso wie Bernd Leno, der durch Öskern ersetzt wurde. Also das 1 zu 0 von Schalz-Arngies. Ron-Robert Zieler wird da chancenlos zurückgelassen. Eilt noch heraus, kann aber nichts mehr verhindern. Doch Stuttgart um die Post wendende Antwort bemüht. Erik Thommy, ein sehr guter Spieler in der Rückrunde. Auf Aogo Gentner mit dem Abschluss. Und der angesprochene Özkan kann sich das erste Mal auszeichnen. Gentner, der das erste Saisontor gegen Bremen erzielen konnte. Hier noch nicht mit dem zweiten direkt am Spieltag danach. Und Leverkusen war eiskalt. Zieler wird erst noch zu einer Glanztat gezwungen. Dann liegt Brandt aber nochmal auf und dann ist der Hintermann, der Stuttgarter, geschlagen. 37. Spielminute. Leverkusen machte die Chancen, die sie hatten. Eiskalt rein. Und präsentierten sich in der Defensive einigermaßen gestärkt. Und wenn sie dann vorne eben so zuschlagen, dann ist es natürlich auch nicht unverdient. Ein schöner Schuss von Aranguiz. Unten rechts rein. Aus seiner Sicht. Für Zieler ist da gar nichts zu halten. Die Halbzeitführung also für Leverkusen war sicher. Doch die Stuttgarter kamen nochmal. Zumindest zum Anschluss. Das wäre ja wichtig. Doch Özkan ist wieder zur Stelle gegen Erik Thommy. Kariert er diesen Ball stark. Ist rechtzeitig in einer kurzen Ecke zur Stelle. Aber der Ball hätte wohl auch nur den Außenpfosten geküsst. Zweiter Durchgang. Die Schwaben weiterhin besser in der Partie. Donnis. Wieder die Möglichkeit zum Anschluss. Hatte den entscheidenden Treffer zum 2 zu 0 am vergangenen Wochenende vorgelegt. Hier probiert er es selber, aber ohne Glück. 20 Minuten jetzt zu gehen. Leverkusen wollte den Deckel drauf machen. Bellarabi über rechts. Aber das ist zu eigensinnig. Kann den Ball eigentlich in die Mitte legen. Schießt selber drauf. Ron Robertsieler. Ist zur Stelle. Und kratzt den Ball. Zum Eckstoß, aus dem nichts resultierte. Dann aber Stuttgart. Sie gaben sich nicht auf. Unter Taifun Korkut überragende Moral. Benjamin Pavard. Benjamin Pavard und Gomez. Und das muss doch das 2 zu 1 sein. Er ist eine starke Tat von Özkan. Aber Mario Gomez. Wie man den auch vorbeikriegt. Gute Frage. Aber jetzt halten sie sich fest. Der VfB hatte noch was vorbereitet. 89. Spielminute. Gentner. Dann ist es Gomez, der den Ball annimmt. Und per Seitfallzieher in die Maschen haut. Achtes Saisontor. Und jetzt waren ja noch Nachspielminuten auf der Uhr. Özkan ist geschlagen, weil Gomez da artistisch hochwertvoll zum Ball geht. Redsorce auf der Linie ist chancenlos. 93. Spielminute. Baumgartel, Pavard, Gomez mit der Vorlage auf Gentner. Tor. 2 zu 2. Was für eine Partie. Was für ein Spitzenspiel am Samstagabend. Zwei Tore in der 90. Spielminute. Holen hier für den VfB doch noch den Punkt. Den viel umjubelten und den hochverdienten über die 90 Minuten gesehen. Weil Leverkusen definitiv nicht die stärkere Mannschaft. Und tendenziell hätte sogar Stuttgart den Sieg mehr verdient gehabt. Aber trotz der Umstände werden sie mit diesem Punkt sehr gut leben können. Zwei Tore in der 90. Spielminute. Zeigt nur, wie gut Typhoon Korkut mit seiner Mannschaft umgehen kann. Der erste FSV Mainz 05 möchte heute nach dem bitteren und enttäuschenden 2 zu 0 in Augsburg wieder zeigen, wozu sie eigentlich in der Lage sein können. Sie wollen das letzte Heimspiel gegen Freiburg wiederholen. Diesmal kam aber Leipzig in die Opel Arena. Und nichtsdestotrotz scheint auch bei den Gästen keine gute Stimmung zu sein. Sie sind nicht zufrieden. Rutschen aus der Champions League. Das scheint sicher zu sein. Und auch hier starteten sie schwach in die Partie. Gegen Hoffenheim gab es 5. Hier gab es nach 8 Minuten direkt den ersten Gegentreffer. Pablo de Blasis. Achte Spielminute. Das fünfte Saisontor. Und was für ein Wichtiges hat er ja doppelt getroffen. Gegen Freiburg. Unter anderem diesen kuriosen Elfmeter verwandeln können. Und hier ist Gulaschi erst noch mit einer starken Parade zur Stelle. Ist dann aber nicht rechtzeitig wieder auf der Linie. Und Pablo de Blasis trifft mal wieder per Kopf. Mit seiner Größe wohl einer der gefährlichsten Kopfballspieler, die es nur so geben kann. Der Argentinier die Lebensversicherung des FSV Mainz 0-5. Viertelstunde jetzt gespielt. Die Elf von Hasenhüttl kam dann auch endlich in die Partie. Keita auf Loopman. Aber der Abschluss dann gerade so noch geblockt. Sie bemühten sich nach vorne. Doch das wirkte weitestgehend sehr unglücklich. Weil Mainz aber auch mal leidenschaftlich verteidigt. Nigel de Jong mit dem Ballverlust. Gegen Keita. Und dann gegen schnell. Timo Werner. 19. Minute. Und auch wenn dieser Spruch etwas ausgereizt sein mag. Wenn es besser läuft bei Leipzig. Dann macht er den mit verbundenen Augen. Mainz nach wie vor in Führung. Und sie konnten sich über Gegenangriffe gut vom eigenen Tor weghalten. Quaison ist das im Strafraum schon. Das ist zu einfach. Gegen die Leipziger Hintermannschaft bekommt den Abschluss. Gulaschi ist aber zur Stelle. Kann den Ball diesmal parieren. Wir springen in den zweiten Durchgang. Mainz würde gerne den etwas entspannteren Vorsprung erzielen. Uccia über links mit dem Ball. Und dann ist Gulaschi gerade zur Stelle. Und Bernardo bringt den Ball dann fast über die eigene Linie. Kann ihn aber gerade noch so vor dem 2 zu 0 vom Rasen kratzen. Aus dem Eckstoß resultierte nichts. 63. Spielminute. Werner testet Adler. Doch der ist diesmal auf der Hut. Es war wirklich eine unterhaltsame Partie von beiden Seiten aus. Und dennoch spürte man auch auf beiden Seiten die Nervosität. Adler hält sein Team im Spiel. Der anschließende Eckstoß. Dann Werner viel zu frei auf dem zweiten Pfosten. Doch Adler ist auch hier wieder gerade so zur Stelle. Der hätte gepasst. Und das 1 zu 1 wäre für Mainz ein erheblicher Rückschlag gewesen. Aber sie kamen dann auch weiter nach vorne. Mauerten sich nicht hinten ein. Das war die richtige Taktik. Denn irgendwann würde man unter dem Druck einbrechen. Deswegen wäre es wichtig. Das Resultat so lange wie möglich zu halten. Und sie schafften es tatsächlich. Sie gewinnen am Ende 1 zu 0 gegen Leipzig. Retten dieses Resultat über die Spielzeit. Durch die Niederlage des Haarsfrau in Wolfsburg steht dann fest. Direkt können sie nicht mehr absteigen. Wollen jetzt aber auch alles mögliche tun. Um auch nicht in die Relegation zu müssen. Zwischen Werder Bremen und Dortmund konnte man eine spannende und spielerisch sehr hochwertige Partie erwarten. Zum Abschluss des 32. Spieltages. Und damit auch der letzten Sonntagspartie der Saison 2017-2018. Junuzovic wird in der nächsten Saison wegbrechen. Ein herber Rückschlag. Heute war er über links außen. Aber noch im Startaufgebot zu finden. Und Dortmund nach dem starken 4 zu 0 gegen Leverkusen hatten sie wieder Selbstbewusstsein. Und wir stellten uns auf eine gute Partie mit vielen Möglichkeiten ein. Und es wurde direkt zu Beginn gefährlich. Piszsteck haut sich den Ball da fast selber rein. Legt ihn an Bürki vorbei, aber kriegt ihn noch rechtzeitig aus der Gefahrenzone entfernt. Dann kam Dortmund. Nach 13 Minuten Götze erst von Gebre Selassie gestört. Doch Weigl macht den Ball wieder heiß. Wird da nicht gut genug angegriffen. Weigl, schöner Ball auf Philipp Thor. 0-1, 14. Spielminute. Der BVB führt mit 1 zu 0. Wichtig die Euphorie aus dem Spiel des vergangenen Spieltages mitzunehmen. Und die Dortmunder Fans freuten sich wohl die sichere Champions-League-Qualifikation am heutigen Spieltag schon festmachen zu können. Akanji wohlgemerkt wieder auf der Verteidigungsposition. Schmelzer nicht im Kader. Aber Bremen ließ das nicht lange auf sich sitzen und kam zurück. Jerome Gondor auf 21. Spielminute. Das 1 zu 1. Ein wunderschönes. Und damit die Partie wieder völlig ausgeglichen. Bürki war bedient. Delaney auf Eggestein. Der leitet weiter. Und Gondor ist dann zu frei, weil sich Akanji eben angesprochen. Zu sehr auf Eggestein fokussiert hat. Und der Torschütze dann zu frei steht. Eine halbe Stunde gespielt. Weiterhin eine sehr unterhaltsame Partie. Bremen jetzt mit etwas mehr Aktien. Jerome Gondor kann den Ball vielleicht sogar in die Mitte legen. Testet Bürki aber höchst selbst. Einmal hat es ja schon geklappt. Hier fehlte die nötige Präzision. Aber Bremen kam weiter. Und vor der Pause nochmal die Möglichkeit. Jerome Gondor auf überragendes Spiel. Bringt den Ball auf den zweiten Pfosten. Und Ishak Belfodil mit dem 2 zu 1. Und die Partie war gedreht. Das fünfte Saisontor beschert den Führungstreffer für Werder. Mit diesem Resultat würde man den direkten Klassenerhalt sichern können. Doch dazu muss man eben gewinnen. Und Dortmund kam im zweiten Durchgang gut aus der Kabine. Sie brachen nicht ein, auch wenn sie nach einer Führung zurücklagen. Toprak hier. Nach 49 Spielminuten mit dem Kopfball. Da fehlte aber noch einiges. Pavlenka muss nicht eingreifen. Der Ball geht klar. Am Tor vorbei. Der Innenverteidiger ärgerte sich. Zu Recht. 65. Spielminute. Weiterhin eine sehr unterhaltsame Sonntagabendpartie. Und dann. Elgestein fasst mit dem 3 zu 1. Von der linken Seite bedient. Johansson. Bringt den Ball rein. Aber da fehlte dann doch der ein oder andere Meter. Zum Glück. Zur Entscheidung vielleicht. Viertelstunde vor dem Ende. Castro kam für Mario Götze. Der ein vernünftiges Spiel abgeliefert hatte. Und Sokrates nach 77 Minuten kaum noch hinten zu finden. Testet Pavlenka. Aber der ist erstmal zur Stelle. Und verhindert den 2 zu 2 Ausgleichstreffer. Doch Dortmund spielte weiter leidenschaftlich. Und kam nochmal zu einem Eckstoß. 87. Minute. Reus mit dem Eckstoß. Und da ist André Jamulenko. Ausgleich. 2 zu 2. 87. Minute. Der Endpunkt in einer überragenden Bundesliga-Partie zweier Mannschaften. Die tollen Fußball bieten konnten. Für Bremen wird es im Endeffekt etwas ärgerlich sein, den späten Ausgleich noch kassiert zu haben. Doch es wird vermutlich der Stolz über eine starke Bundesliga-Partie überwiegen. Bremen und Dortmund trennen sich leistungsgerecht mit 2 zu 2 und läuten damit das Ende der Bundesliga-Saison 2017-2018 ein. Wo dann alle Partien am Samstag Nachmittag um 15.30 Uhr abgehalten werden. Und hier seht ihr nochmal im Überblick alle Ergebnisse der Prognose und meine Tipps darüber. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo oder auch über beides freuen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall auch wieder freuen, da euch ordentlich zu lesen. Ich lese mir das immer alles durch, keine Sorge. Oben in der Infokarte könnt ihr gerne abstimmen, ob ihr ein WM-Tipp-Spiel haben wollt, wenn ihr darauf Bock habt. Stimmt mit ja ab. Ansonsten, ja, viel Spaß mit der Bundesliga. Wir sehen uns am Samstagmorgen wahrscheinlich mit einem Livestream. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Viel Spaß mit der Bundesliga. Wir sehen uns, bis dann und ciao. Und dann, bis 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 dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017